Sieg Nummer 6 und Feuerfrage, guter Start für Stanislaw Purza, der natürlich aber entschließt durch in Lugas Finale. Lugas Finale in Führung vor Stanislaw Purza, Lugas Finale in Führung vor Stanislaw Purza, Lugas Finale in Führung vor Stanislaw Purza. Lugas Finale in Führung vor Stanislaw Purza, Lugas Finale in Führung vor Stanislaw Purza, Lugas Finale in Führung vor Stanislaw Purza. Lugas Finale in Führung vor Stanislaw Purza, 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 Lugas Finale in Führung vor Stanislaw Purza